Also Tesseract, ja gut, an der Quarry steht sowieso schon Energie Tesseract. Ja, dann speisen wir direkt extra, machen wir dann eins mit nur für einen Quarry und dann kriegt die mal 40 MJ rübergepumpt und 40 MJ ist glaube ich ein Argument. Ja, das ist ein Argument. 50 ist Maximum. Ähm, was gibt es 16x9? Ähm, 90 und ja irgendwas mit 128, sowas in der Art. Wo ist mein Taschenrechner? Ja ihr Lieben. Rechner. Aus der Schule. Ich brauche nicht mehr Rechner. 144. 144, dann brauche ich noch, äh, 20, äh, 16. 16 Iron. Gut. Muss das auch noch hier rein? Ich muss, äh, kannst schon mal geschwind, oder warte mal, ich kann doch bestimmt hier... irgendwo... Ich muss mal ein bisschen Holz hier... Missbrauchen in den Ofen. Irgendwo noch Glaswasserkabel rumfliegen. Äh, wenn dann in der Technikkiste, die hier... Ja, zwei Stück sind ja noch drin... In der... In der... In der... Wer nicht muss halt, welche machen? Oh, Diamanten. Haben wir keine mehr? Hüpp. Nope. Ne, ich mache aber auf altmodische Variante, bitte. Äh, es gibt aber nur industrielle Diamanten. Da kommen wirklich industrielle Diamanten mit CragTech raus, ne? Oh, dann zauber uns mal noch mal ein paar. Gut, ich, ich zauber. Wie viel hättest du denn gern? Ähm, sechs Stück brauche ich auf jeden Fall noch. So, zehn Stück sind jetzt im System wieder drin. Okay. Also, jetzt nimmer. Ja, jetzt nicht mehr. А, aber echt... Ich hasse CragTech. Abartig. Abartig. Ja, ich muss sogar, ich muss sogar um... Ehm, Eisenblock herzustellen, muss ich neuen Eisen in den Kompressor tun, ja? Ich komprimiere mich hier grade zu Tode. Bloß für die Dampfturbine unten, ja. Ja, sssssh... Langst du ja echt an den Kopf. Naja. Pfg, CragTech halt, ne? Aber was will man machen? Die Zuschauer haben, haben's äh, Also, liebe Zuschauer, der, wo auf diese beschissene Idee gekommen ist, von dir, mein Freund, von dir, ganz genau, von dir krieg ich einen Kasten Bier. Danke. Adresse gibt's auch per PN. Ach du Scheiße, hast du dir schon mal angeguckt, wie teuer der Turbinenrotor ist? Ja. Ich brauche drei von denne, 18, 24 brauche ich von denne, ach du Scheiße. Der Ding ist pervers. Aber, ey, es sind 100 EU permanente Leistung. Ja. 100 EU für den Anfang. Was für eine Folge sind wir jetzt, 27? Ähm, ja, vielleicht, na, ich denke mal so 30 rum. 30? Okay, 30 ist das ein Argument. Also, die meisten haben das eher in Folge 50, 60. 60? Frühestens? Ja, das stimmt schon. Bauen Sie sich Ihre automatischen Farmen an, die mit Holz oder mit Kohle noch angetrieben werden oder so. Scheiße. Äh, ich mach grad Scheiße. Äh, nein. Dann was von ihr gewohnt. Ja, kann ich die, kann ich die Ironblöcke auch wieder zerlegen? Ja, toll. Brauchst Stahl dazu, nebenbei. Äh, ja, wie kann ich denn die Eisenblöcke wieder zerlegen? Maserator. Ne, oder? Doch. Also ohne Scheiße. Wehe, das geht jetzt in die Hohen. Äh, äh, tatsächlich, Alter. Kommt da auch wirklich wieder neun Eisen raus? Da kommen nur 8 Iron Dusts raus, Alter. Das ist beschiss, das ist ein Iron Verlust. Ah. Racktack halt, ne? Oder, oder tut der Pulverizer das nicht schnell genug hier rausziehen? Ja, doch, der zieht sich schnell genug raus. Okay, das ist... Äh, verschmerzbar. Dann muss ich jetzt, äh, anders arbeiten. Moment, dann brauch ich, äh, Stahl. So. Dann muss der Stahl jetzt einfach mal in den Kompressor rein. Jetzt darf ich schon wieder so ewig warten, ey. Oh, Gott. Hell. Ist die... Ah ja, das ist natürlich auch so ne Sache hier. Wir könnten mal wieder ein bisschen Zeug aus dem ME-System. Gerade die Erze, was, 500 Kupfer-Zinn? Alter, willst du mich verarschen? Gerne. Weil ich mein, also so an, an Roherz, weißt du? Hopp. Junge, 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 Junge. Also ich hab da nichts dagegen. Ja, natürlich hab ich nichts dagegen, aber, äh, pff. Nicht ein bisschen übertrieben oder so. So, zwei Block of Steel hab ich. Drei? Hätt ich gern jetzt erst mal. Hast du apropos noch so ne komische kleine Lampe, die du an die Decke gehängt hast? Ne, die musst du craften. Die ist aber ganz easy. Äh, such mal nach, äh, Laterne. Lantern. Die ganz normale goldene dann. Ja, die ist relativ einfach. So, den Turbinenrotor hab ich schon mal gecraftet. Der ist fertig. Jetzt fehlt bloß noch, äh, tja. Das andere Gerödel da. Ähm, das hier, Steenturbine Housing. Stahlplatten und Block of Steel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stahlplatten. Muss ich welche nach? Hinten holen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier das Loch im Boden hab, mit diesem Glasfaserkabel, Alter. Da wollte ich mal irgendeine Maschine hinsetzen und hab's dann doch vergessen. Ähm, was wollte ich denn eigentlich grad sagen? Ich weiß nicht. Spricht dich aus? Auch keine Ahnung. Ich liebe es. Ich glaub, es schreit der Klimmstängel. Schreit der Klimmstängel. Hast du in der kleinen Pause keine geraucht? Nein, ich hab's vergessen, ich Idiot. Wie, du hast vergessen? Das kann ja schier nicht sein. Ja, das passiert ab und zu, wenn dann mein Kätzchen auf meinem Bauch liegt. So, ganz lieb schnur. Zählisch. Äh, da hört's bei mir sogar auf. Da hört's bei dir auf. Ja. Schämst du dich denn nicht? Äh, absolut nicht. Absolut nicht. Niemals, ne? So, äh, ja, dann rauch doch einfach ein, ne? Ja, aber da muss ich ja euch mit rausnehmen und ich bin die Auge, um aufzustehen. Äh, zu faul aufzustehen. Ohjeje. Gibt's das nicht? Ja, doch, doch, kenn ich. Weißt du, wenn du älter wirst? Komm mal, in mein Alter. Ach so alt bist du auch, oder? Hahaha, 90% deiner Zuschauer sind jünger wie ich. Ja, das, äh, das, äh, kann sein, ja. Das ist wahrscheinlich auch so, ja. Definitiv. Ja, willst du die, die, die IC2, äh, Steam-Dinger da bauen, oder was willst du machen? Nee? Ähm, nee, 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 nee. Ach, craftest du immer noch an diesem, an diesem Über-Jetpack? Ja. Ja, liebe Leute, der macht nämlich so ein Über-Jetpack hier. Äh, ein Advanced-Nano-Jetpack, also ne Nano-Rüstung, plus, ähm, ne Batterie auf dem Buckel, plus ne Jetpack. Also wenn das nicht awesome ist, so fucking awesome. Ja, da, ich hoffe, du machst mir auch eine mit, oder? Was? Du willst auch einer? Naja, wenn schon, denn schon, oder? Nee, ich mach dir beide gleich nebenbei noch. Ach so, ach so. Ähm, wo soll der Steam, mit was wollen wir denn, äh, die Turbine fütteren? Die Turbine wollen wir denn Quarry füttern, oder? Oder wie? Nee, 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 nee. Die Steam-Turbine, hab ich mir eher gedacht, hier so in die Richtung, da kannst du ja zwei Stück sogar hinsetzen, dass du dann 200 EU. Ja, genau. Ja, aber für mehr reicht's nicht. Ich muss oben noch fertig craften. Ja, und hier, nebenbei, können wir ja, äh, mehrere in Reihe geschalten. Dampf, ähm, Ding. Und den Quarry würde ich mit MJ, und kannst du dann für dein komplettes System hier verwenden. Ach so, wenn wir das hier einfach an das System anknuddeln. Ja, richtig. Oder, wir könnten einen, äh, Mass gibt's ja so nicht, sondern, äh, Metafabricator, heißt er ja jetzt mittlerweile, damit noch betreiben. Äh, wenn du einen craften willst, gerne. Nein. Ich hab mir das Crafting mal angeguckt von dem, ähm, ja, leck mich am Arsch, du weh. Wir warten auf Tobi. Ach, sollen wir ihn die Drecksarbeit machen lassen? Weg. Nein. Er kann's einfach alles schon auswendig, und für ihn ist es so ne Sache von, oh ja, mach ich, zack, fertig. Und wir würden noch nicht grad mal an den Ressourcen am Farm sein, oder gucken, wo, wie, was, wann. Und dann ist der schon lange fertig, hat das Ding angeknüppelt, und so, ja, der funktioniert doch schon. Warum baut ihr denn jetzt eins? Äh, der ist da, top der Kerl, also absolut top. Top. Top, die Wette gilt, kannst du mir machen, da hast du es schon verloren, vor der Anfangs. Äh, ich hab hier grad ein kleines, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Problem nennen sollte, aber unsere Blast Throne ist, die macht nix mehr. Wer? Die hat jetzt das, äh, leck mich doch, äh. Baut's ab. Ja, da war ein Titanen-Dust drin. Jetzt wieder, und es funktioniert. Ja, jetzt funktioniert's. Das war schon seit, drei Stunden in dem Kackofen drin, ey. Ich wollte jetzt grad eigentlich so Advanced Machine Blocks bauen, sechs Stück, dass ich unten die Blast Throne mehr aufheizen kann, für das Tanksten. Ja, dann könnte ich auch den Matterfabricator irgendwann mal bauen. Meinst du, das ist pink, ne? Ja, richtig, genau. Ich wollte Tränen in den Augen. Ach du Scheiße, auf Stika-Gröste empfiehl. Echt net normal. Träkst dich ab und zu, warum Crack-Tag überhaupt existiert. Klar, es ist ne schöne Sache, am Anfang Crack-Tag, wir kennen's ja beide, super gewesen. Ne. Oh, nee. Oh, ich hab grad bemerkt, ich habe ein paar Sachen zu wenig gecraftet, mal wieder. Zu wenig? Das Zeug kostet ein Vermögen. Ein Vermögen? Ja. Ich glaube, immer zwei Arbeiter der Schaltkreise, ne? Ja, muss ich halt da nochmal neu machen. Ja, ich hau die grad in die Assemblymaschine rein, weil ich will nebenbei dann noch was craften. Und zwar will ich ja, diese erweiterten Maschinenblöcke da bauen. Pink, ne? Ja. Ah, mir fehlt noch. Gibt's denn das? Jetzt hab ich einen Stahlblock zu wenig. Na, komm rein in den Kompressor. Zum Glück hab ich zwei Overclocker-Upgrades in dem Kompressor drin, der wird sonst ewig rödeln. Na, komm mach hin, du. Es dauert wieder und dauert. Ja, das ist vor allem unglaublich schön, wenn du bemerkst, du, was, oh nee, ich hab's nicht verbrannt. Und nicht gleich gesehen. Hö, 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 Tamta. 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 So, der Rotor da rein. Oh, Wunderwelttechnik. Wir haben Glas. Oho. Äh, du weißt aber schon. Ja, wie soll ich denn das jetzt machen hier unten, du? Ich komm gleich. Ja ne, ich mein bloß, ähm, da muss ich ja nochmal einen Power-Converter bauen. Was produziert das? 100 EU, die Turbine, gell? Ja, richtig. Äh, dann brauch ich einen, äh, LV. LV. Äh, ne, ne, MV Producer. Ach Gott im Himmel, ey. Mittlerweile bin ich tierisch geil im Deutschen eingepflegt. Es gibt kein LV, MV oder HV mehr. Es heißt jetzt Niederspannung. Low Voltage zum Beispiel. Niederspannung. Genial. Niederspannung. Ja, es ist wirklich richtig geil aufgebaut. Niederspannung, Hochspannung und und und. Ach du Scheiße. Äh, Maschinenblock. Ja, genau so. Das ist ne bittere Sache. So, dann brauch ich einmal, ich weiss nicht, hab ich sowas noch rumgefahren? Ähm, nein. Äh, schmeiß mir mal dein Jetpack bitte zu. Also, äh, hier liegt es auf dem Boden. So, äh, ach das ging ja so nicht. Dann, Maschinenblock und das. MV-Transformator. Äh, jetzt fahr ich wieder Gold. Gibt's ja nicht. Quack-Tack. Ich sag dazu nichts. Ja. Furchtbar, furchtbar, du. Ich sag's dir. immer interessieren, Soymal. Hätt ich gesagt, bring mir ein Steak mit, aber nööööööööööööö. Ich habe kein Steak. Ich bin zu arm für steak. Ja, ich mein eben we life. So, jaja. Aber, könnt' ich auch einen Happen essen? Hast du die Diamanten schon wieder aufgebraucht? Ich hab noch ein paar Gib mir mal einen Ähm Peter, ich bin jetzt misch Äh, bin misch okay, alles okay So Energiebrücke, so Und jetzt brauche ich einen Buildcraft Producer Sterling Engine Haben wir noch Stone Gears? Ja, haben wir sogar noch Ist ja geil Äh, haben wir auch, äh Oh, wir haben keinen Redstone mehr Wie, wir haben keinen Redstone mehr Hier ist noch ein bisschen was in der Crafted Table Ja, leider Ich konnte gerade nicht mal, ich konnte gerade nicht mal eine Pisten craften, Alter, schlose Warte, ich geb dir wieder Ja, ich hab, ich hab schon, ich hab schon geholt Äh, wie war das jetzt hier irgendwie sowas und ein Glas oder so Weiß nicht mehr, wie ein Pisten geht Äh, doch, doch, nee Ich hab, äh, ich hab ein Rezept eingepflegt für Pisten Ich kann dich craften lassen Buildcraft Producer Da hätte ich jetzt auch mal ein Projekt, was wir erstarten können Bis Folge 100 Wir sind faul durchzusetzen Jedes, äh, Crafting Rezept, das es gibt Einpflegen Ja Äh, ich sag mal Folge 200 Folge 200 Ja Hat ja mal einer probiert von YouTubern zu machen Hat es aber noch nicht mal an der Reihe gekriegt Großes Maul gehabt, nix dahin, ja Also ich würd mich auf Folge von mir aus jetzt 199 hinhocken und die 199. alle durchziehen Egal wie lang's dauert Alles was hin, ich hab rein damit Ich fütter mal die Quarry mit dem Steam Weil Rein mit Steam kannst du ja eine Quarry nicht füttern Ja Umwandeln Ja, wandel ich ja Ne, es geht einfach darum, weil Die ist die ganze Zeit leer Ja Die Energiezelle und es würde sich jetzt hier anbieten Das mal so zu machen So Warte mal kurz, Moment Telefon Keine Unterbrechung Keine Unterbrechung Keine Unterbrechung Keine Unterbrechung 256 Cisse